Guck Jack sein Video, bitte. Jack, was hast du mir da gesendet? Was ist das für ein Video? People having a worse day than you, V6. Also, äh, Leute, die einen schlechteren Tag haben als wir. ...out your pizza for eight hours. Burned so bad, it looks like a double chocolate brownie. Oh mein Gott, ist das bestie, Alter. Das ist diese, das ist diese Dr. Edgar Schoko-Pizza, Alter. Ich schwöre euch, ich hab mir irgendwann gedacht, als die rauskamen, ganz im Ernst, irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber ich kann mich nicht, ich kann ja nicht leben, ohne nicht zu wissen, wie sich eine Schoko, wie eine Schoko-Pizza schmeckt. Dann habe ich wirklich gedacht, ich mach das einmal und hab die probiert. Und die ist so scheiße. Also wirklich, da denkt man so, okay, die ist vielleicht richtig, oh man, die ist halt, das ist eine Sünde, so dieses Ding, aber die kann man sich mal gönnen, die ist bestimmt, die schmeckt einfach, die schmeckt einfach scheiße. Die schmeckt einfach, mh, einfach kacke. They put Kevin Hart on the Kids Cam. Das 4-Inch-Brain-Tumor, I'm getting removed tomorrow. Das 4-Inch-Brain-Tumor, I'm getting removed tomorrow. Was? Alter. Das ist, was passiert, wenn du mit Yo-Yo zu viel spielst. Ich bin nicht schuldig. Das ist die Hand eines professionellen Yo-Yo-Players. War, ah, oh mein Gott. Okay, ich dachte mir so gerade, ja, hab ich eine Referenzion, aber brauch ich ja nicht, weil ich sehe einfach, dass dieser Zeigefinger nicht beansprucht wird. Das heißt, der hat einfach, dieser, dieser, der ist ja fast am Absterben. Der ist ja fast tot, dieser Zeigefinger. Woke up at 2.30am to make a two-hour drive up 10.000 feet to see the sunrise atop Helikola. Have you ever seen such beauty? Oh, feels bad, man, Alter. Das tut mir richtig leid, Alter, feels bad, man. Was zur Hölle? Halloween mask ordered online versus what you received in the mail. Halloween mask ordered online versus what you received in the mail. Als, als ob das so ein Sack Kartoffeln ist. It was a hot day in Tallahassee. Uuuh. This girl was bleaching her hair and put a plastic bag from Walmart over it to help the heat stain. And it printed the ink on to her hair. Okay, also zum Verständnis, Leute. Sie hat ihre Haare gefärbt und hat eine Tüte über... Das ergibt ja auch Sinn, das machen ja viele. Aber damit macht man eigentlich was anderes drüber beim Haare färben. Und jetzt hat das einfach das Walmart-Logo mit drauf. Die von der Tüte, die kann... Oh mein Gott, wie schlimm. Getting a packet of ketchup for Halloween. Warum? Warum hat jemand ketchup für Schengen? Was sind das für... Kennt ihr, Leute? Kennt ihr diese... Wirklich, also sorry. Ich mein, ich mein ganz ernsthaft. Ich bin ja auch Good Guy Beats manchmal, ne? Good Guy Beats ist manchmal am Start. Sagt, Leute, Apple a day keeps the doctor away. Leute, is more apples oder sowas. Prediktet dann irgendwas, was er selbst nicht macht. Scheißegal. Hauptsache, ich gebe die Motivation weiter. Aber man kennt ja den Kabi Beats. Auf jeden Fall an Halloween, Leute. Will ich keinen Apfel bekommen. Ich will vor allen Dingen keinen Apfel bekommen, der auf der einen Seite so aussieht, als hätte man dem seinen Hund schon gegeben und auf der anderen Seite so aussieht, als ob man da selber mit dem Finger nochmal reingedrückt hätte, damit diese Kinder extra Spaß haben, einen Apfel zu essen. Warum isst man einen Apfel? Warum verschenkt man Äpfel an Halloween? Wenn es dann einen Tag gibt, wo keine Äpfel zu sehen sind, kann man nicht einfach Süßigkeiten verschenken. Warum ist das so schwer für so viele Leute zu verstehen, dass man einfach Süßigkeiten haben will und keine Äpfel? Das ist ein Kindheitsding bei mir. Ich find's einfach scheiße, dass ich am Ende des Tages, wenn ich mit meinem Freund verglichen hatte, und was habt ihr, was habt ihr an Halloween gehabt? Oh mein Gott, wie geil. Diese Dinger mit Keks zwischen diese Twix-Fake, die noch leckerer schmecken als Twix, die sind so geil. Nick, was hast du denn? Ich mach das Ding auf, holen da erstmal drei von denen raus. Dann bist du nicht cool, du bist nicht akzeptiert unter den Kids, du hast einfach auch keinen Erfolg. Du kannst dich mit Äpfeln an Halloween nicht profitieren, auch wenn du der Öko-Veganer vom Land bist, so das geht einfach nicht. Nein, der Hund wurde von... Nein, der arme Hund wurde von der Biene gestochen, hat er so einen Mund. My coffee cup managed to fall out of the cupboard on top of my bowl of cereal this morning. Heels Batman. Das ist so arm, Alter. It finally happened to me. Ach, du Scheiße. Didn't realize I missed it till I fall in my driveway. Ach so, dass er sich nicht angeschnallt hat? Oder was? Ach, eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben! Nein, nein, oh, oh nein, oh mein Gott, der arme Mann. I've been wondering why I couldn't smell the automatic air freshener for a while. Ich meine, ist die Wand jetzt die fresheste wahrscheinlich aus ganz everywhere, wirklich. The roof and gutters, when I heard a loud bang. Oh no, oh no, oh no, that, that, man, wie, was macht man in dieser Situation? Dann ist man ja einfach nur verhackt. The logo for my son's IT class. Dude. Someone stole my car radio last night. Okay, das ist echt schade. Aber die CD ist noch da. The package I had been waiting for was delivered to the post office. I jumped out of that. I put some shoes on and I went to the post office. There were some folks in there and I talked to a few. I got home and I started to cook myself food. and I noticed my shorts had been inside out the entire time. Jemand aus der Klasse hatte halt ein Referat gemacht und hatte den Hosenstall nicht nur auf ein Drittel oder sowas, hatte nicht nur auf zwei Drittel. Das Ding war offen. Und zwar so offen, dass man reingucken konnte. Und ich musste die härteste Überwindung in meinem Leben machen. Und ich sag euch Leute, ich bin schon vom 10 Meter brett geschwungen. Ich habe schon öfters kalt geduscht. Ich hatte schon die ein oder andere Abschlussarbeit in meinem Leben. Aber es war nichts schlimmer, als sich zu melden und zu sagen, man sieht alles. Bitte macht das weg. Es war das Schlimmste auf der Welt. Nicht nur für mich. Nicht nur für sie. Für alle. Warte mal, was war das denn, Alter? Was ist das denn? Warum ist der da oben in der Decke drin? Warte, ich muss mal, glaube ich, meine Cam irgendwie hier runterlegen, wegen dem Text, damit ihr mitlesen könnt. My custom-made Lego RMS Titanic that I spent a month working on just slipped out of. Das sind Momente im Leben, die kann man nie wieder gut machen. Mann. Ja, wie sich Steuern anfühlen, Leute. Ganz genau. Danke, Amazon. Dankeschön, Amazon. Das kleine Kind hat die auf jeden Fall angenommen an der Stelle. Man kennt es wieder. Weg mit den Problemen aus meinem Leben. Aus den Augen, aus Hinsinn. I needed a 73% to pass. Final grade, 72%. Oh, ich, wirklich, ich in Mathe. 30 minutes from completing a job and this happens. Woman wins 42 million 949 thousand 672 dollars and 76 cents on a slot machine. But Casino doesn't pay out claiming it's a glitch. It's an integer overflow. Stell dir vor, du gewinnst 42 millionen Dollar. Und es war ein Glitch. Hat die jedenfalls irgendwie eine oder so bekommen? Bye-bye, Ice. Bye-bye, Ice. Oh mein Gott. Oh nein. Today my boyfriend's bathroom ceiling fell. Exactly a minute after I finished my chair. Das sind die Momente, wo du weißt, I write, ich hab diesen Glücks-Angel die ganze Zeit um mich herum. Alter, schwöre. Das ist halt komplett krass. Wirklich, wenn du, wenn du da realisierst, es war so knapp. Es war so knapp im Leben. So knapp. Das ist zu lucky. Das schätzt man einfach hart so an der Stelle, oder? Oh Mann, Alter, da muss man mehr als Augen zu und durch. Alter, das ist wirklich... Boah. Washing dishes, I felt something land in my head. Well found a nest of these guys in my light fixture. Da wär ich raus. Stuck his head in a tree to see what was inside. Oh nein. Ups. Ja, das haben wir zum Glück in Deutschland nicht. Obwohl ich die richtig süß finde, die Tiere. Aber sowas haben wir an der Stelle nicht. Do not get ready for work in total darkness. I thought I brought airports. Oh nein, was ist... Oh ho 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 ho. Chat. Chat, ganz ernsthaft. Stell dir mal vor, ihr packt euch die Cucumber Melons in die Ohren, Alter. Oh ho 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 ho. Das muss der heftigste Song sein in der Welt, Alter. Oh mein Gott, Alter. Oh ho 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 ho. Das tut so weh, Alter. A charitable trip to Africa. Ich will das nicht mehr sehen, Mann. Ich will es nicht mehr sehen, okay? Es ist zu viel. Es ist zu viel. On a door I was about to open. Ja. Wieder, haben wir wieder so einen Auszug an der Stelle, oder nicht? Haben wir wieder einen Auszug. Damit meine ich kein Konto. I can see. Ich glaube, das ist wie manche in Animal Crossing gerne ihr Haus hätten. Mit so einer schönen Treppe davor. Die geht so hoch. Schön terraform bis ins Nirvana einfach. Der Schulweg meiner Mutter ist so... My yoga mat from Wish arrived. Hä, passt doch. Passt doch. Also wenn, wenn, wenn das Baby auf jeden Fall, also wenn der Baby der Besteller war, dann passt das auch alles. Oh Mann. I somehow forgot to put chocolate chips in my chocolate chip cookies. Wie kann man das vergessen? Wie kann man sagen, ich mache jetzt geile Chocolate Chip Cookies und ich vergesse die Chocolate Chips? Warum? Wieso passiert das nie, Melissa? Explain. Das hättest du sein. Okay, da ist sich der Chat wieder einig, okay? Ja, das ist, okay. Das ist aber wirklich der Inbegriff von Lost Sein. Das muss man halt einfach sagen. Es ist der Inbegriff von Lost Sein. I made spaghetti and this happened. Leute, jetzt im Ernst. Das passiert mir wirklich immer, wenn ich Spaghetti's mache. Es passiert mir wirklich. Es ist eine 50-50 Chance. Und ihr wisst, bei mir ist eine 50-50 Chance so viel wie 80-20 ungefähr. Es ist so. Es ist so. This is my bag that was left there. Nein. Er hat's noch gesehen aus dem Flugzeug. Er hat's noch gesehen und flugt. Nein. Oh nein, ist er weg im Flurgebiet. Das tut doch, da misst du doch den ganzen Flug einfach nur am, das ist, Mann der Arme, wirklich. I had a house fire last night. Unfortunately my game room with 30 sisters. The Sims and over 2000 games did not survive. It is all gone. I have nothing. I'm not asking for anything. Just press F to say goodbye. Oh Mann, das tut mir mal leid. F in den Chat, Leute. Spammt den scheiß F da rein einfach. Das tut mir einfach nur so leid. It's an unfortunate lighting outage. My friend is allergic to everything. Nein, Alter. Oh mein Gott. Nein. Stell dir mal vor, du machst einen Allergie-Test und du bist allergisch auf alles. Digga, was hast du? Was? Was? Das kann ja nicht sein. Today I was extremely sad and I thought, I can't wait to go home and see my cat. He will make me happy. Okay, well I found out he was more depressed than me. Oh no. A disgruntled painter and decorator who claims he is owed 500 pounds for his work has taken revenge by leaving a message on the side of an old pub he had worked on. Want your house painting? Want your house painting? Don't be like Terry. Pay the bill. Don't tie your shoelaces in Paris or your girlfriend will cry. Oh Mann. Dinge auf jeden Fall, die man im Leben nicht tun sollte. Oh Mann. Das ist wirklich alles. Ich auf Reise. Check. Habe ich das? Mein Personalausweis? Reisepass? Ah, alle Klamotten dabei. Sehr gut, dann können wir los. Ich am Flughafen. Oh, ich habe vergessen mein Handy aufzuladen. Oh, der Flug geht los. Sehr geile Nummer. Also Leute, ihr wart vielleicht irgendwann mal down in eurem Leben. Aber wart ihr schon mal so down, dass ein Hai eure scheiß Straße lang geschwommen ist? Das ist ja Raft. Ich wüsste auf jeden Fall, mit Jengis und Jan würde ich direkt mir so ein Floß holen, Alter, Speer in die Hand nehmen und gegen die Möwen kämpfen. Wirklich. Das wäre, also das wäre Raw-Free-Life-Action. Let's go, der Hase. Danke, Eiswahl-Off-Kamm. After years of saving, I finally bought my first house. The key snapped in the door and locked me out. Oh, ich schwöre, das war ich. Ich bin einen Monat, nachdem ich in diese Wohnung hier eingezogen bin. Ich drehe den Schlüssel, ganz normal. Ja, die Tür war aufgeschlossen. Schluss, ich hatte noch den halben Schlüssel drin. Ich verstehe nicht, wie mir das immer passieren kann. Aber ich habe mich zum Glück noch nie ausgeschlossen. An alle Dads da draußen, seid bitte weniger Dad. Seid einfach nicht so, Mann. Das ist so nasty. The hardest choices require the strongest will. Wie kann die das einfach machen? Wie kann... Wie... Das tut so weh zu sehen. Das tut so weh zu sehen. Aber ich schwöre es euch damals in der Schule, wenn ihr irgendwo was euch richtig Mühe gegeben habt bei seiner Zeichen, die Lehrerin, ohne sich das anzugucken. Wirklich, das war so, ihr habt euch die ganze Pause, 20... Lass es die halbe Stunde Pause sein. Die große, lange Pause. Lehrerin kommt rein. Einfach weg, ohne anzugucken. Ohne zu appreciaten. Habt ihr da noch was Nettes für die Lehrerin geschrieben? Scheißegal, wird weggewischt. Accidentally glued the rear view by a mounting tab on backwards. And then broke the windshield, trying to take it back off. Ey, sorry, Digga. Das ist ja so ein geiler Kanal, den kann ich vorher noch nicht. Das sind ja ultra nice Videos. Hä? Die finde ich saugeil. Allein schon... Guck mal, du hast auf der einen Seite hast du so... Hast du so Videos, auf die wir reacten, wo man halt einfach die schönen Seiten von dem iMac kennt, um zu sehen, was alles Schönes gibt. Und auf der anderen Seite hast du halt einfach Videos, wo du einfach weißt, so, das sind halt die schlimmen Lebenssachen, so, Situationen im Leben, so. Und die geht es nicht alleine, so. Das ist komplett nice. Ja, ihre Jack auf jeden Fall. Kein Problem, immer wieder gern. Danke, Jackie.